Da steht das alles drin. Du sollst ältere Menschen respektieren, du sollst das, du sollst das, du sollst das. Ich erlebe es aber nicht hier. Ja, weil wenn diese Gesellschaft so ist, das alles toleriert. Ja, aber ich dachte, ihr seid von zu Hause so gut erzogen. Aber ein Elternteil in dieser Gesellschaft kann nur 10, 5 Prozent geben. Wenn man von jedem Kiosk alles bekommen kann, wenn die von der Schule das Ganze nicht beibringen bekommen, von dieser deutschen Einrichtung und das Ganze nicht beigebracht bekommt, dann ist auch die Hände gebunden von den Eltern. Die haben nur ein kleines... Ja, warum geht ihr nicht zurück alle, wenn das so schlimm in Deutschland ist? Das ist genau so. Warum? Ja, tut mir leid, aber da werde ich jetzt langsam wütend. Weil ich höre bei Ihnen nur, was wir alles falsch machen und wie schlimm wir sind und Barbaren sind wir und weiß nicht was, aber was ihr mit uns macht, möchte ich lieber nicht sagen. Möchte ich lieber nicht sagen. Ich heule manchmal, dass ich sage, bin ich noch in meinem eigenen Land oder muss ich mir schon den Araber, den Muslimen, den Türken anpassen? Muss ich jetzt Arabisch und Türkisch lernen, damit ich in meinem Land verstanden werde?